Das ist ein Bossfight. Ach du Scheiße. Ich glaube, kämpfen ist eine gute Idee. Oh oh. Liche ist schwach gegen den Angriff von ihr. Warte mal, wenn Liche schwach gegen den Angriff ist, dann ist sie wahrscheinlich ein... Warte mal. Wind war schwach gegen Feuer. Das heißt, sie ist ein Feuer. Die Musik. Was zur Hölle geht hier ab? Warte mal, wie heißt sie? Orthos? Heißt sie echt Orthos? Wir beginnen. Hey! Boa! Ey, lass dich auf! Orthos. Also nicht ganz Orthos, Orthos. Aber jetzt erkenne ich ihr Design. Orthos ist nämlich der zweiköpfige Höllenhund in der griechischen Mythologie. Du bist untergekriegt? Das ist mein Geflug. Wie ist das? Bitte, bitte! Okay, sie war nicht Stimmt, Wasser war die Schwäche Okay, heilen ist gleich auf jeden Fall Angesagt Was hilft, was he still? Oh-oh, Lilia. Was ist das? Du hast geholfen. Das ist meine Hand. Diese... Ich werde es頑張ren. Okay! Was? Ich habe Angst! Ich weiß halt nicht, ob ich mein Desire verwenden soll. Hieter! Guck mal! Oh! Oh! Guck mal! Nein, ist schade. Nein, an der Schade. Oh... Ich werde doch... Nun, das Ganze ist... Suchen wir den nächsten Punkt. Okay, nicht mehr. Das war's für mich. Ich bin nicht der Mann, oder? Ich denke, dass es nicht so groß ist. Ist das gut? Ich bin schon fertig, aber ich bin schon ein bisschen... Hallo, Leute, mit dir das Party. Ich bin irgendwie... Entschuldigung. Ich bin irgendwie... Ich bin irgendwie... Ich bin... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin Oton. 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 Wir wollen die Welt救en. Wenn es gut geht, dann werden Sie auch ein仲間. Die Welt救en? Ich bin ein仲間. Das ist cool. Ich bin Oton. Ich bin Oton. Ich bin Oton. Das sieht anders aus. Ich glaube, dass ich nicht so etwas tun habe. Aber... Das stimmt. Das stimmt. Ich bin Oton. Ich bin Oton. Das stimmt. Natürlich. Ich bin Oton. Ja, wir werden unsere Freundin. Das stimmt. Ja. Ja. Oh, ein Mann. Das stimmt. Ich bin Oton. 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 Ich komme über das Schwache. Ich bin Oton. Ich bin Oton. ist ein neuer Partner. Yay! Yay! Let's see. Was haben wir hier? Orthrus ist schon Level 3. Nice. Ähm, Slatis, please. Tiny Ears ist eine Ability von ihr. Gucken wir mal. Ah, dachte ich mir. Sie ist Feuer. Ich habe kurz zu sehr an Pokémon gedacht und dachte, Erden-Element gegen Feuer. Warum nicht? Aber, ne, lassen wir mal. Ähm, ihre Stats sind verdammt niedrig. Sie haben einen hohen Magieangriff, though. Sogar höher als der von Lilia. Okay, was hast du in dir Schönes? Animal Ears. Ach, teile die Tits. Oh. When being attacked with desire peace you can sometimes counter. Echt? Sie hat dieselbe Ability, nur mit einem anderen Namen? Ne, warte mal. Warte mal, warte mal. Ah, bei dir ist es 35, bei ihr ist es 45 Prozent. Okay. Und auch sie hat die Animal Ears Ability. Okay, ich sollte Leecher und Orthrus auf jeden Fall zusammen in der Gruppe haben. Oh, sie lernt als nächstes Heal. Recover, Party Heal, Fire Strike. Fire Shot hat sie auch. Ach, also es ist wirklich wie in Hyperdimension. Das Schwert neben dem Element. Also, hier. Aura Attack hat zwar den Feuertypen, ist aber ein physischer Angriff und das ist Magie. Alles klar, es ist doch wie in Hyperdimension. Nice. Mehr auf das Symbol achten. Nice. Jetzt wissen wir auch, diese komischen pinken Dinger sind quasi wilde Monster Girls, die wir rekrutieren können. Geht's auf die nächste Ebene? Ich kann die Türen hier unten immer noch nicht öffnen, oder? Ich kann die Türen, die sind nicht offen. Habe ich irgendwas gefunden, womit ich sie öffnen kann? Irgendein Item? Vielleicht ein Schlüssel-Item oder so? Open Door Crystal, habe ich ja erst gedacht, aber damit escapen wir den Dungeon ja nur. Keine weitere Ausrüstung bisher. Na gut, wenn wir nichts machen können, gehen wir einfach weiter. Ähm, ist das da vorne wieder ein Monster Girl? Warte mal. Wir haben jetzt ja ganz viel angegriffen mit Leech, mit physischen Angriffen. Was ist mit dem, ähm, was ist mit ihrem Fortschritt hier in, ähm, Not a Chance. Hat auch gegolten. Ich glaube, man muss einfach nur angreifen und schon erhöht sich das Critical Up. Parry ist wahrscheinlich, wenn du Schadener leidest, Heal, wenn du geheilt wirst, schätze ich mal. Wir gehen da gleich hin. Ich will erstmal noch ein bisschen fighten mit Orthos und so ein bisschen reinkommen. What are you guys? Was ist das für fünfmalte? Was ist das für eine Vorwärmung? Oh, das ist das für fünfmalte. Was ist das für fünfmalte? Was am efter? Ah, auto effect skill sp needed no chance to lower the damage of a non-magic attack Davon ist ein Gespräch Wie wird der Aura-Bonus getriggert? Ich bin der Aura-Bonus! Ich bin der Aura-Bonus! Ich bin der Aura-Bonus! Was ist das denn? Ich bin der Aura-Bonus! 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 Da bin ich ein wenig zu früh gedrückt, aber egal! Ich bin der Aura-Bonus! Ich bin der Aura-Bonus! Ich bin der Aura-Bonus! Okay! Dazu sage ich jetzt mal nichts! Wir werden wahrscheinlich später noch herausfinden, was es damit auf sich hat! Ok! Ich bin der Aura-Bonus! Ich habe jetzt noch einen whopping Einfaches Zugpülen! Jäu-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li! Das ist alles so schnell! Attack will increase, stimmt ja. Sokohok! Das ist meine Ausgang. Wie ist das? Ich bin der Ausgang. Gut. Ich bin der Ausgang. Ich bin der Ausgang. Wir haben die Ausgang. Wir haben die Ausgang. Ich bin der Ausgang. Wunderbar ist Aura-Bonus. Man muss mit Aura-Angriffen den Weak Spot treffen. Würde Sinn ergeben. Irgendwie. Wat? Monocon Clover. Drop Panty for Behemoth. Welche wir noch nicht gesehen haben. Oh nein. Oh Mann, das ist jetzt mal im Schnelldurchlauch. Leech hat neuen Skill. Find ich gut. Was war das jetzt schon wieder? Sorry, ich muss das halt mal wieder nachgucken. Slime Slime. Slime Slime. Drop Panty for Slime. Interessant. habe ich mit den Messen rausgefahren. AT R promoted zu gutter 아니고, Einen Reise. Alles ist gut. Jetzt ist der Ball an. Der ist ein Kacke. Die Wunschung developed bei Eenden für Aura-Assumes. Weisมา noch nicht. Das ist auch Wunschung. Ich werde jetzt nicht nachgucken, das hört sich wieder nach einem Jump-Panty an. Okay, wisst ihr was? Wir versuchen das mit dem einen Monster Girl einfach. Vielleicht kriegen wir hier noch sogar ein Level ab. Wir sind sehr heiß. Ich werde jetzt die Schmerzen. Ich werde jetzt ein bisschen mehr auf den Schmerzen. Ich werde jetzt den Schmerzen. Ich werde jetzt den Schmerzen. Ich bin meine Schmerzen. Ich bin mir drauf. Hier ist der Magik. Oh, schön. Ich bin froh. Das ist gut. Ich bin zu nah ran gegangen, wie es aussieht. Uh oh. What to do about that?